Das Training ist das A und O. Ich finde es cool am Basketball, dass man auch einfach mal einen Alleingang durchstarten kann, wenn man schnell ist, aber auch halt passen kann. Also mir gefällt der Teamgeist auch sehr gut, aber auch, dass wenn man den Kopf ruft, dass dann die Mannschaft einen so richtig frei hat. Wir sind heute beim Hamburg Towers Sommercamp 2016. Wir trainieren vier Tage lang von morgens 8.30 Uhr bis nachmittags 16.30 Uhr. In erster Linie geht es um Spaß bei den Kindern. Das muss man als erstes vermitteln. Was ich heute schon gelernt habe, ist, wie man den Ball noch besser werfen kann. Ja, das könnte der Anfang einer Karriere sein. Ja, einige Talente haben wir. Wenn man regelmäßig und diszipliniert trainiert, kann man auch eines Tages zum Towers schaffen. Ja! 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 Ja!